B. Redet, das Infotainment-Magazin mit Christian Becker. Linus ist 25 Jahre alt, vom Sternzeichen Löwe, lebt aktuell in Berlin und studiert BWL. Basketball ist eines seiner größten Hobbys, wobei das sich wohl in letzter Zeit etwas geändert haben dürfte. Modeln ist aktuell angesagt und zwar nicht irgendwo, sondern in Deutschlands bekanntester Castingshow Germany's Next Topmodel mit Heidi Klum auf ProSieben. In diesem Jahr dürfen auch endlich mal die Männer ran und Linus ist eines der männlichen Models. Wir sprechen über die Show, wie es hinter den Kulissen abläuft und warum Selbstsicherheit und Akzeptanz für ihn ein doch großes Thema ist. Zu Gast ist heute Linus Weber. Fakten auf den Punkt gebracht, mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge. Seit Wochen kämpft er um den Sieg, um das Cover-Bild eines Magazins bei Germany's Next Topmodel und die Chancen stehen ganz gut für Linus. Runde für Runde kämpft er sich weiter nach vorne und sticht andere Models aus. Lasst uns den gebürtigen Bayern einmal besser kennenlernen. Ich habe mit ihm ein kleines Spiel gespielt. Entweder oder. Berg oder Meer? Berg. Berg. Ich bin aus München. Münchner Kindel sozusagen. Bin da aufgewachsen. Und ja, dann geht man eher in der Freizeit mal auf den Berg. Da liegt es sehr nah, dass man das macht. Da hast du recht. Zweiter Begriff. Pizza oder Pasta? Pizza. Ich bin ein riesen Bollo-Fan auf der einen Seite. Oder nee, eigentlich beides. Ich liebe Bolognese. Ich kann das jede Woche eins, zweimal essen. Aber Pizza, wenn ich in Italien bin, dann auf jeden Fall ganz viel Pizza. Gibt es irgendeine bestimmte Sorte? Ich bin da so ein Hawaii-Fan. Ich weiß, da werden mich jetzt manche verschlagen wahrscheinlich. Aber hast du irgendein Favorite-Ding? Ich habe auch irgendwie was Besonderes. Ich esse ganz gerne eigentlich Rucola-Pizza und mit noch ein paar Mal Schinken irgendwie drauf und auch noch Parmesan. Das finde ich sehr, sehr lecker. Okay, das klingt gut. Nächste. Morgenmuffel oder Nachteule? Unterschiedlich. Ich mag es ganz gerne, wenn ich in der Freizeit bin, mit Freunden einen richtig langen Abend zu haben und dann da auch wirklich einfach über alle möglichen Themen zu quatschen. Das kann auch bis morgen dauern. Aber wenn ich im Arbeitsmodus bin, dann stehe ich morgens irgendwie spätestens mal acht irgendwie auf und dann starte ich meinen Tag ganz gut. Eitel oder wer ist das da denn da im Spiegel? Also Eitel auf jeden Fall gar nicht. Es ist eher, also ich schaue mich im Spiegel an und denke mir so, okay, kann ich so rausgehen und dann gehe ich meistens so einfach raus. Okay, Fotoshooting oder Runway? Bis jetzt eigentlich beides. Ich finde beides super interessant. Runway ist auch super neu. Und es ist einfach, ja, es sind unterschiedliche Sachen, wo man, was man einfach, wo ich sage, es macht mir mega Spaß. Beim Runway gibt es einen Adrenalinrush und man fühlt sich irgendwie sehr, ja, in seinem Tunnel und man läuft da hin und her. Beim Fotoshooting finde ich es einfach super, dass man mit Leuten auch einfach auch direkt irgendwie arbeiten kann, da kreativ sein kann und es ist einfach immer was Neues. Basketball oder Fitnessstudio? Basketball zu 100 Prozent. Ich liebe es einfach, in dem Team zu spielen, dass man sich gegenseitig irgendwie pusht, da irgendwie, ja, als Team einfach auch agieren kann. Fitnessstudio ist mein Alltag auch im Moment, aber als ich noch einfach die Zeit einfach viel mehr hatte, auch in der Schule, da war einfach Basketball meine große Leidenschaft. Das ist wahrscheinlich die schwerste. Und letzte Frage für einen Bayer. Brezeln oder Weißwurst? Brezeln. Brezeln, also, ja, Brezeln, also Weißwurst mit Brezeln ist natürlich noch eine andere Liga, aber eine Breze zwischendurch mit einem guten Oberster, das schmeckt auf jeden Fall jedes Mal. Also, jetzt haben wir Linus mal noch ein Stück weit besser kennengelernt. Wird Zeit, dass wir auf die Show blicken. Modeln war für Linus schon immer ein großer Traum und angefangen hat es eigentlich in den USA. Er spielt eines Tages ganz normal, wie häufig immer, Basketball in Los Angeles. Die Stadt, in der ja vieles möglich werden kann. Und man wird auch tatsächlich auf Linus aufmerksam und spricht ihn an. Die meinten dann so, hey, als deutsche Austauschschüler, meinten die dann so, hey, willst du mal Modeln probieren? Und dann war ich aber zurück und wurde zufällig eigentlich dann auf der Straße gescoutet. Und dann ist es so ein bisschen einfach angegangen. Nach der Schule bin ich auch mal kurz ins Ausland gegangen, habe da aber festgestellt, ich war noch nicht ganz bereit eigentlich vom Selbstvertrauen einfach, weil wenn man auf einmal in Mailand steht und dann da kommt ein Mann nach dem anderen rein und die sehen einfach mega aus. Und ich hatte halt, früher wurde ich halt in der Schule auch ein bisschen, was heißt bisschen, ich wurde halt gemobbt. Und damit war einfach für mich, ich habe gemerkt sehr schnell, ich bin im Moment einfach noch nicht bereit. Und dann, ja, dann habe ich das Modeln dann auch erstmal beiseite geschoben für ein paar Jahre jetzt. Und habe aber mit einer meiner besten Freunde, Topper, der ist Fotograf, einfach da auch Stück für Stück trotzdem gearbeitet, im Sinne von, wir haben Testshoots gemacht und er unterstützt mich irgendwie in allen Sachen, auch in dem Part, dass ich irgendwie über meinen Schatten auch mal hinausspringen kann oder muss und in verschiedenen Rollen auch schlüpfe. Und da kam dann halt auch die Nachricht von Heidi, dass sie jetzt auch Männer aufnimmt und dann hat er mir geholfen eigentlich oder beziehungsweise mich unterstützt, irgendwie über meinen Schatten auch da zu springen und mich einfach anzumelden. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt aber auch das Gefühl, hey, ich glaube, ich bin bereit. Also ich will das jetzt unbedingt machen und ja, bis jetzt habe ich mega Spaß dabei und es freut mich einfach, das auch jetzt so zu sehen. Sein bester Kumpel Topper hat ihn im Vorfeld immer unterstützt und tut das auch nach wie vor. Topper weiß genau, welche Träume Linus hat, wo er hin will, was er erreichen möchte. Dafür ist Linus ihm auch dankbar, denn ob er von sich aus sich auf das Abenteuer eingelassen hätte, in eine TV-Show zu gehen, kann Linus nicht mit Gewissheit sagen. Jetzt ist er dabei und glücklich und auch stolz drauf. Linus' Vergangenheit spielt aber auch in der Gegenwart, er hat es eben schon mal anklingen lassen, eine große Rolle. Denn die Kindheit und Jugendzeit haben ihn geprägt und zu dem gemacht, was er heute ist. Ich habe mich niemals irgendwie so gesehen, dass ich irgendwie der Hübscheste bin oder der Coolste irgendwie. Und dadurch, ja, dadurch war ich einfach auch unsicher, ob ich Model sein kann. Also ich habe mich halt nie als Model so gesehen. Mir macht es mega Spaß zu shooten, die ganzen neuen Rollen eigentlich auch anzunehmen, mich da auch irgendwie, ja, neu zu entdecken irgendwie. Und ja, deswegen aber, da war einfach die Unsicherheit, ob ich das überhaupt kann. Ich sehe mich zum Beispiel oder ich fühle mich so immer noch als der Linus wie davor. Und bin dementsprechend eigentlich überrascht zum Beispiel, wenn ich irgendwie mal auf der Straße irgendwie erkannt werde. Und dann kommen die immer rüber und reden irgendwie so, hey, du bist doch der Linus, können wir ein Foto mit dir machen. Und gleichzeitig am Anfang war es irgendwie ein bisschen komisch. Aber dann fällt mir dann irgendwie wieder ein, so hey, ich war ja anscheinend in der TV-Show. Also es passiert irgendwie. Und ich bin aber, also es macht mir einfach Spaß jetzt auch mit den neuen Menschen irgendwie. Auch wenn da eine Produktion ist, ich liebe es, mit den Menschen zu arbeiten, weil es ein Gefühl hat von Team. Und das macht mir einfach mega Spaß. Und ich bin einfach gespannt, was jetzt alles noch so kommt. Und genau diese Frage, kann ich das überhaupt, die lässt Linus immer wieder sich selbst reflektieren über das, was er eigentlich macht. Auch wenn viele Models von sich behaupten, vielleicht sich nicht selbst als schön zu sehen und es vielleicht aber dann doch tun, nimmt man die Aussage, wenn sie von Linus kommt, ihn doch zu 100 Prozent ab. Er ist authentisch, so wie ihn seine Familie und Freunde kennen, auch vor der Kamera. Er verstellt sich nicht und zeigt sich, wie er ist. Dass er dabei gut ankommt bei Fotografen, Heidi und seinen Social-Media-Followern, ist natürlich ein Bonus für ihn, den er einzusetzen weiß. Wir werden natürlich nicht spoilern, wie weit Linus gekommen ist. Das darf Linus selbst natürlich auch nicht weitersagen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Familie oder enge Freunde natürlich auch gerne wissen wollen, was denn der Stand der Dinge ist, ist das auch für Linus selbst gar nicht so einfach, nichts auszublaudern. Das ist ehrlich gesagt sehr, sehr schwer, weil ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch und mag auch mit Freunden und allem zu quatschen und ich will eigentlich nicht irgendwelche Barrieren eigentlich da haben, sondern ich bin eigentlich meistens so, hey, das und das ist passiert, das ist cool und dann ist es natürlich irgendwie schwer, aber ich habe auch Freunde, die natürlich verstehen, ich darf nichts spoilern. Und deswegen fragen die natürlich, aber sie verstehen es auch komplett so, hey, wir wollen auch nichts irgendwie aus dir rauskitzeln, was du gar nicht willst. Veränderungen sind aktuell Teil von Linus Leben. Der Bekanntheitsgrad ist gestiegen, er hat ordentlich zu tun, er reist viel, sammelt viele Eindrücke, fast in Zeitrafferkürze. Aber auch das Thema Social Media hat sich für Linus verändert. Rund 150.000 Follower auf Instagram sorgen dafür, dass er sich natürlich auch damit auseinandersetzen muss, online präsent zu sein und die Fans zu bedienen. Aber das macht ihm Spaß. Also das eine, was sich auf jeden Fall riesig verändert hat, ich bekomme Unmengen an Nachrichten und Kommentare. Ich habe echt viel Glück einfach, weil ich habe eigentlich keine negativen Kommentare. Also die sind echt alle wunderbare, voll süß, richtig nett. Und ich bin dann dabei, irgendwie die durchzulesen und freue mich mega und probiere einfach so vielen wie möglich auch zu antworten. Weil ich mir immer denke so, die nehmen sich die Zeit und schreiben dir was Nettes. Dann kann man sich auch irgendwie die Zeit nehmen und dem was Nettes zurückschreiben. Ja, und das ist eigentlich so das Größte, was sich irgendwie ändert, dass man einfach sehr viel lesen muss und sich aber auch dementsprechend freut. Eine der häufigsten Fragen, die ihr mir gestellt habt, als ich geteased habe, dass ich mit Linus eine Podcast-Folge produziere, war, wie Heidi Klum denn hinter den Kulissen der Show ist, habe ich natürlich Linus gefragt. Also ich finde, Heidi war genauso, wie man sie im Fernseher sieht. Also ich hatte echt eine mega Zeit mit ihr. Ich habe super viel gelacht. Man schmeißt so Späße hin und her irgendwie. Was aber wirklich auch ein bisschen einem aufgefallen ist, die ist sogar so ein bisschen hübscher als im Fernseher, wo ich echt erstaunt war. Und sonst ja, einfach mega Frau. Also die war eigentlich auch fast immer da, außer vielleicht auch ein, zwei Teachings irgendwie. Aber sonst einfach, ja, ich hatte mega Spaß mit dir. Gedreht wird ja über mehrere Tage für die Show. Zum Teil von morgens bis abends. Klar, dass das auch an den Kräften der Kandidaten nagt. Für Linus aber überwog die Lust an dem Projekt gegenüber der Arbeit in Anführungszeichen am Set. Also für mich selbst, es war eigentlich volles Vergnügen, Spaß die ganze Zeit, weil ich meine, die Produktion ist riesig. Aber ich muss, ich bin ja sozusagen, ich habe die glückliche Position, dass ich eigentlich nur immer irgendwo hinkomme. Und dann ist man da den ganzen Tag mehrere Stunden. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr aufwendig. Ich persönlich muss aber trotzdem nicht so viel machen. Aber es ist ein langer Tag oder es kann ein langer Tag werden. Aber es ist immer unterschiedlich. Mehr Infos zu Linus, einer der ersten männlichen Kandidaten bei Germany's Next Topmodel, findest du in den Shownotes. Klick dich gerne mal rein. Da habe ich dir das Instagram-Profil von Linus verlinkt. Wir sehen uns jetzt mal an. Danke fürs zweite godt. Auch das ist kurz. Bis da noch aus. Vielen Dank.